Hallo zusammen, ich bin Ueli Fogunten und ich arbeite hier seit x Jahren auf meinem Bauernhof im Argauischen Oberland in der Nähe von Aarburg. Ich bin schon 22 Jahre alt und habe insgesamt acht Kinder. Die arbeiten mit mehr Angebung auf dem Bauernhof. Wir sind hier wirklich schon recht am Dreckeln und mit dem Mist herumgusseln. Ich nehme am Wettbewerb MrSchweiz.ch mit. Für mich ist eine Freude, den Tiersatz zu beweisen, dass ich ein bodenständiger und gutaussehender Mensch bin, der an MrSchweiz.ch Wahl eindeutig seine Chance hat. Und etwas möchte ich an dieser Stelle noch sagen, also meine politische Einstellung. Das ist also SVP, Hardliner, extrem konservativ. Also ich bin Fan von Toni Brunner, von Ueli Maurer. Und meine politische Meinung ist also zum Thema Milch und Milchwirtschaft, dass der verdammte Milchpreis wieder mal hochgezählt, Gottverdämme!